Think Big. Deine Träume können niemals groß genug sein. Ich stehe jeden Morgen mit einem Lächeln im Gesicht auf und freue mich, diese Unternehmen weiter voranzutreiben, gemeinsam mit meinem Team. Das begann vor rund fünf Jahren, wo ich erstmalig bemerkte, dass immer wenn ich auf der Suche nach einem Stiefel war, nie fündig wurde, weil mir der Schaft meistens zu weit war und runterrutschte. Und dann habe ich mich gefragt, ob es noch andere Frauen gibt, die dieses Problem teilen. Und das habe ich mir dann zur Herausforderung gemacht, dieses Problem zu lösen. Und seitdem entwickeln wir unsere Vivis. Was meine Mode ausdrücken soll? Nun ja, sie soll neu sein, sie soll innovativ sein. Jedem Träger ermöglichen, unabhängig von seiner Beinbreite oder Länge, den perfekten Stiefel zu erhalten. Das Selbstbewusstsein soll gesteigert werden und man soll sich einfach wohl in seinem Körper fühlen. Ich bin unaufhaltsam. Ich weiß immer, was ich will und erreiche das durch meine Willensstärke eigentlich auch fast immer. Mein Leben ist bestimmt durch extremen Ehrgeiz und Disziplin. Ich bin ein sehr tiefgründiger Mensch. Ich liebe den Umgang mit Menschen. Menschen geben mir Kraft und ziehe daraus viele Inspirationen, Kreativität. Ja, last but not least, ich bin Visionärin, sehr freiheitsliebend und selbstbestimmt. Inspiration für die Vivis. Letztlich alles, was ich im Alltag erlebe. Kunst, Kultur, Umgang mit Menschen. Eigentlich alles. Wichtige Werte in meinem Leben. Ich würde sagen, allen voran Vertrauen, Zuverlässigkeit und Achtsamkeit. Ich möchte in den nächsten fünf bis zehn Jahren Vivi und Sophie international bekannt gemacht haben. Und mein größter Traum ist es, die Vivis auf dem Cover der Vogue zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020